Montag. Etwas Schreckliches ist passiert. Nie hätte ich gedacht, dass es wirklich so weit kommen würde. Aber es ist. Plötzlich. Unerwartet. Und ohne jede Vorwarnung. Meine Mutter hat mich gegoogelt. Zu meiner großen Überraschung waren es keineswegs meine literarischen Ergüsse, sondern ausgerechnet mein Backblock, der meine Mutter in eine gewisse Unruhe versetzte. Eine Unruhe obte erschreckend in Erkenntnis darüber, dass ich zu ihrer großen Verwunderung technische Geräte bedienen könne, die, wie sie es nannte, nicht über einen USB-Anschluss verfügen. Ich bin entsetzt. Meine Mutter hat USB-Anschluss gesagt. Seit wann weiß meine Mutter, was ein USB-Anschluss ist? Ob ich jemals über sie geblockt hätte, wollte sie wissen. Geblockt. Sie sagte wirklich geblockt. Wer ist diese Frau? Und was hat sie mit meiner Mutter gemacht? Noch ein dritter Fachterminus dieser Art und ich werde Mutter fragen, seit wann sie meinen Vater mit einem Informatiker betrügt. Mittwoch. Seit zwei Tagen lebe ich in japanischen Angst, dass meine Mutter Facebook für sich entdeckt. Kann ich es mit meinem Gewissen vereinbaren, eine Freundschaftsanfrage meiner eigenen Mutter abzulehnen? Freitag. Ja, ich kann. Ja, ich kann. sunset an repetieren. Zeit.